Bleibt ihr jetzt so stehen? Danke. Vielleicht. Danke. Komm, Bruder. Die laufen ja immer so. So, nun habe ich wieder einen Start zu bringen. Ja, haben wir schon geklärt. Das ist ja alles schon geklärt. Ja. Oh, mein Eckstimmer. Du musst einfach, dann muss ich mal schneller laufen. Ja, den ich bin Eckstimmer. Ach so. Das ist nur ein Drittendieter. Das ist nur ein Drittendieter. Ja, das ist nur ein Drittendieter. Ich bin Eckstimmer.